3, 2, 1, Klappe! Das klingt ja nicht so erfolgreich Deiner ist viel größer Boah, da ist er schon Boah, bin ich jetzt hässlich Ich glaub er ist links Ich schäum ihn ein und Das ist auf jeden Fall eine gute Idee Ich glaube, da ist nichts anderes Ah, jetzt macht er hier Da kam er nicht weit Waren wir dann doch einen Tick so kritisch Ja, das ist okay Das ist vollkommen okay Ich hätte sowieso gesagt Welche Nummer hat der Ecke? Äh, 2, 1, 8 36 Area C Ich hab noch ein Tool Refill Ist das hier schon 36? Also kannst du auch anziehen? Das ist 36 A Ja, hab ich schon Wir müssen nach 36 C Ja, du hast gequeriet Aber hier ist noch Damit man den Schrank sofort wendet Auch beim Ping Äh, oh hier ist nochmal Nebelzerstreuer Okay Ich tausche Nebelzerstreuer Vierfach nutzen Gegen die Nebelzerstreuer Dreifach Oder umgekehrt Ich würde hier die Tür aufmachen Ich ping einfach noch eine Runde Kannst du auch mit Tee einfach laufen lassen Muss halt nur am Terminal bleiben Ich werfe Nebelwerfer Da sind auf jeden Fall Gegners Links Sieht nach dem Großen aus Auch links Ein kleiner noch Gehockt Ich geh mal zum Kleinen Hinten der Große Kleiner weg Okay Ich höre So wie ich entstehe Noch rechts ein Das heißt weiter durch Müsste noch was sein Rechts da unten steht noch einer Ich behalte den Großen im Visier Wenn er aufwacht Ja Kopfschuss Guter Plan Auf jeden Fall noch mehr Ja Ich werfe nochmal Nebeler Da hinten rein Direkt auf den Nebelzer Äh Vor Kripper zu stehen Ist auch ein sehr gutes Geräusch Und das Geräusch Ätzend und schon leicht schmerzhaft Mindestens ätzend Wo kann ich die scheiß Leiter nicht mehr benutzen? Die Ente? Leiter Ach Mensch Ja der Raum ist ein bisschen größer Ja ja Sagt einfach Bescheid Oh 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 Achtung hier oben ist auch noch einer Ich hab hier Drei Ah kacke Okay der Große ist ausgeschaltet Das sind zwei Aber der ist auch weg Alter Ich geh nichts über guten durchgesperrten Gegner Wie frech Frechdachs Da hat jemand von hinten seinen Schlauch in mich reingesteckt Einfach so Ja ohne zu fragen Der hat mich noch nicht mal zum Abendessen eingeladen Frech Kein Trink ausgegeben Nee Also wirklich Das ist doch das Mindeste was man erwartet Ja das muss es genau Minimum Äh ich hab hier nochmal Hast du mitgenommen? Nein Aber ich Äh Alles in der Box Lohnet sich Munition Ja Brauchen Also Also ich kann es auf jeden Fall mitnehmen Ja dann nimmst du mit Okay So wer braucht dann noch Munition? Ähm Nicht zwingend Auch so ein bisschen Satt könnte glaube ich Munition brauchen Wo ist denn der Satt? Hinter dir Ja Ach Ach sie Aber falls jemand hat Ich könnte Eine Ladung HP gebrauchen Habe ich glaube die könnte ich Mehrfach brauchen Ich habe hier eine 2x Injektionsnadel Vielleicht hilft die dir Also ich habe ein HP Streitet euch drum Was haben will Na dann gib mir aber die Nadel Na Dex sieht ein bisschen Hier oben bei mir Hier auf dem Tisch Schön Kann ich mir nicht selber geben Das halte ich jetzt für unrealistisch Vielleicht kannst du dein eigenes Blut nicht sehen Ähm Das könnte sein Halte ich für unrealistisch Ah ein Dex So wie ich hier inzwischen gesehen habe Dankeschön So Die nächste 2x kann ich dir ergeben Wer möchte von mir gepiegt werden Geh weg Dr. Blacky ist am Start Du bist da unten hin Du bist gar kein richtiger Doktor Du bist da unten Ich zeig dir mal den richtigen Hasen Doch Schon Aber vielleicht nicht der Der für Nadeln zuständig ist Naja Antimaterienadeln vielleicht schon Hm Ich habe hier Antimaterie Oh jetzt Äh Was Ich habe etwas dagegen Antimaterie in meinen Körper Indiziert zu bekommen Du bist so ein Weichei Stell doch einfach mal vor Du wiegst Sagen wir mal 45 Kilo zu viel Und dann kommt ein bisschen Antimaterie rein Die Materie auflöst Nur ein einzelnes Milligramm Komm her Und schon bist du 45 Kilo leichter So wapp dich In den ersten 20 Sekunden Da ist einer Nicht alles bitte Weiter rechts ist auch noch einer Okay Bei dem nervösen Schlaf Bewege ich mich jetzt mal lieber nicht Da oben sind noch zwei Stück oben Äh Alter bist du hässlich Kann ich hören du Arsch Emby du bist zu früh Komplette halbe Stunde Ich glaube die sind zu nah hier oben Ich brauche hier jemanden Tust du das also Ist nur beide wegschneidbar Okay Lass mich mein langes Metallstänkchen Verwenden Ja gut dann Bitte Das spart mich zu Der will die Tabelle oben nicht Also nur satt möchte ich hier Spaß haben Ich verstehe Ja Welche willst du denn? Ich nehme den rechten Also von dir aus linken Okay bin dran Du auch? Bin dran Gut 3, 2, 1 Aufladen 3, 2, 1 Klappe Das klang ja nicht so erfolgreich Das war eine Millisekunde zu spät bei mir Ja vor allem du hast Klö Und dann erst Ja ist okay Sie hat es schon eingesehen Hacker sie ist maulig abgezogen Ja Hacker Hacker Ich mach nichts mit Computern Ich hab keine Ahnung Ich hab Urlaub Ich hab so gut wie Urlaub Mein Urlaub wurde gestrichen Okay Dix macht's Aber War er denn schon komplett genehmigt? Ja Dann darf er nicht mehr einfach Gestrichen werden Außer du stimmst dem zu Ja Ich weiß Aber wenn in der Anfrage steht Dass die Existenz der Firma dran hängt Dann sagst du Aha Zahlt mehr Habe ich auch gemacht Genau das Genau das Es wird einen ordentlichen Bonus geben Ja da lohnt sich das ja wenigstens Dann kann man mit leben vielleicht Nee Eigentlich nicht Ja man kann sich wenigstens schönreden Du kannst ja sagen 90.000 unter Schiff Ja Aber lass ich nicht mit drei Tüten Gummibärchen Und einer Lakritz Schnecke abspeisen So wie Blacky Ja Und Lakritz ist mir scheiße Hey ich mag Lakritz Ich mag hier sein Ich find's kacke Das sollte zumindest doch Okay Moment du magst Lakritz? Ja Pizza raus Magst du auch Met? Ich frag für einen Freund Ja Herzlichen Glückwunsch Sie sind Gewinner eines Lakritz-Mets Warum hat er schlecht hier an Lakritz-Met Wenn er keinen Lakritz mag? Ich wusste nicht Dass es nach Lakritz schmeckt Achso Das war überraschend Also Und das wo Lakritz drauf stand Nein Stand tatsächlich nicht Es war schwarz Hm Was wird's schmecken? Hm Also wenn's schwarz ist und Met Äh Äh Was? Wie? Ich hab mich verlaufen im Nebel Ich befürchte wir müssen hier hinten hin oder? Ich hab keine Ahnung Na da wo ich hässlich markiere Habt ihr den Schlüssel schon? Ja klar Wir müssen nach 236 Ja Du meinst da wo wir sind Ja Ziel erfüllt Fertig Vielleicht müssen wir ja gar nicht nach 36 Sondern nach 37 Ja jetzt müssen wir nach 37 Ich muss mich auch zum Umschlag Wo ist denn die Ach keine Ahnung Was wir müssen zum Leitstiger Umschlag Ist schon wieder ein Mittelaltermarkt Cool Der findet doch nicht mehr statt Von Abend Das hat auch nicht Hier ist die Tür Ja Ich weiß Mittelalter ist vorbei Mittelalter ist vorbei Überrascht mich jetzt völlig Es ist auch überraschend Also diese Information Die hätte man mir auch vor ein paar hundert Jahren sagen sollen Alles kommt wieder Nur das Mittelalter Das nicht Richtig Seid ihr sicher Das ist in die richtige Richtung läuft? Nein Aber genau das habe ich mich gerade auch gefragt Ja weil der auf der Karte ist Der ist es nämlich Ja müssen wir jetzt hier hin Oder müssen wir jetzt da hin Wir müssen nach Zone 37 Weil das ist 33 hier Ich habe nämlich so den Eindruck Dass da unten Das Security Door da hinten Muss ich da hin? Ich glaube ich die Zone 37 war Ich glaube dafür bräuchten wir auch den Key Bleib jetzt einfach mal stehen Warte bis ihr Pult, Otter, wir gehen Das ist immer ganz sehr effektiv Otter, wir gehen Ja, Zone 37 hier Ja, 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 doch Das sieht gut aus Der Mann wirkt dich mal recht Kenn das bitte ich mal den Kalender markieren? Ich könnte einen Clip daraus machen Ja, äh Gibt das doch mal einer bitte Ah, ich glaube die Zeit ist jetzt schon rum Schade Nach zum Glück habe ich ja Auf die Aufnahme Auf den Aufnahmebutton gedrückt Ich werde einfach die gesamten heutigen Tag Als Highlight speichern Und dann ist dann Ich will mal ganz kurz AFK Ja, dann warten wir halt auf dich Ja, wir müssen eh auf dich warten Weil du den Key hast Ich würde gehen Einschleumen, aber gibt es nichts Immer zum Einschleumen Können den Weg da unten Einschleumen Ja, mach ruhig Ein Ein Kipp aus Soll ich den Weg da unten einschleumen oder? Bei dem ist nicht sicher Nee, ich glaube Hier brauchen wir nix einschäumen Gut Ich muss erst mal rausfinden, was das von Security anhaben ist Äh Gar keine Ahnung Das finden wir raus, wenn die Keycard drin ist Und dann können wir immer noch irgendwelche Getürfels aufstellen Oh Oh Eine 2X Injektionsnadel Wollte die Bleche nicht eine haben? Äh Also in sich? Ja, gib mal her Hau mir die mal rein Was macht die? Ich hab keine Ahnung Hau sie mir rein 48 Äh, 40 Alles klar Toll Die jagt man sich dann also selber rein Alles klar Gibt's mir Kann ich nicht Ich hab's grad mir selber reinhauen müssen Weil das Spiel ich anders wollte Was hat's gemacht? Äh Ich hab jetzt auf jeden Fall ein bisschen Infektion Wieder da BW Aber ansonsten keine Ahnung was die 2X noch macht BW Übrigens hab ich geguckt Es ist, äh, Mäht mit Absinth Das klingt stark Nein Also doch kein Lackritz Absinth schmeckt doch nach Lackritz Wurde mir so gesagt Also ich hab ihn nicht getrunken, weil Absinth in der Regel nach Anniß schmeckt Ja und das ist für viele, dass er wieder kritzt aber Eben, Anniß und der Kritz ist dir auch geschmacklich sehr verwandt Also Glecky, ich kann dir sagen Ich wollte, äh, Dex gerade eine 2X Injektionsnadel in den Rachen schieben Ich konnte sie mir nur selber injizieren Du musst Feuer drücken Moment Dex, komm einen Schritt zurück Hast du die auch selber injiziert? Ja, und es war Nichts Ja, schön Die I2P-Dings da, die ist die schöne Okay Also ich soll aufmachen Mach mal mal, drück den Knopf Ja, drück mal den Knopf Push the button, baby Und Was? Emma Flinch? Das hab ich auch verstanden Wer auch immer Emma Flinch ist Das ist so jemand wie, äh Gibt's auch in Schlau? Ja War noch so weit runter Nee, ja klar Macht ja keinen Sinn, wer das nur hier oben ist Alter Alter Gutes Ich hab noch vorbei Äh, wo ist Ach, da unten hab ich den größten Security Das kann ja Schlauch geht hoch Da kommt doch was Großes Ah, der Schlauch geht runter Ja doch, klar Der Schlauch geht nach rechts Alter Ich geh natürlich in dem Moment erstmal zurück Ja, down Okay 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 Okay, Kreffe runterschießen ist eine ganz blöde Sache Kommtisch Kommt Was ist ja der Schlauchstoff an? Den Schlauchstoff hat man gesehen und der hat dann immer wieder abgebrochen Ja, weil er bei mir nicht weiter ging. Also bei mir hat er einfach nicht... Also bei mir war der Vorschützbalken nach der Hälfte weg. Und ging nicht weiter. Oh, Neustart vom letzten Checkpoint? Ja.